Der Mitteldeutsche Rundfunk ist die Landesrundfunkanstalt für das Land Sachsen-Anhalt sowie für die Freistaaten Sachsen und Thüringen. Er ist Mitglied der ARD und hat die Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Er ersetzte ab 1992 die im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung aufgelösten Rundfunk- und Fernsehsender der DDR in einem Teil ihres früheren Sendegebietes. Der Sitz der Anstalt wurde gemäß Rundfunkstaatsvertrag in Leipzig errichtet. Die Fernsehzentrale ist seitdem auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Leipzig-Süd am Ende der Kahnstraße beheimatet. Die Hörfunkprogramme wie MDR Jump, MDR Info, MDR Sputnik und MDR Figaro sowie das digitale Programm MDR Classic senden aus der Rundfunkzentrale in Halle. In den Landeshauptstädten Dresden, Erfurt und Magdeburg befinden sich die Landesfunkhäuser. Die eigenständige Radioprogramme sowie täglich regionale Magazine im Fernsehen für die drei Bundesländer ausstrahlen. Entstehung und Geschichte Der Mitteldeutsche Rundfunk hat seine Ursprünge in der 1924 gegründeten Mitteldeutschen Rundfunk AG. Die MIRAG gehörte nach der Einführung des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland zu den ersten großen überregionalen Rundfunkgesellschaften. Nach der Gleichschaltung des Rundfunks in der Zeit des Nationalsozialismus und der Verstaatlichung der MIRAG ging diese 1934 in den Reichssender Leipzig über. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lizenzierte die sowjetische Besatzungsmacht 1945 übergangsweise Radio Leipzig, das nur wenige Monate bis zur erneuten Gründung des Mitteldeutschen Rundfunks bestand. 1946 startete das neue Programm Mitteldeutscher Rundfunk Sender Leipzig im neuen Funkhaus Springerstraße. Dem Mitteldeutschen Rundfunk wurden bald darauf die Landessender Dresden, Halle und Weimar sowie die Studios Chemnitz und Magdeburg angeschlossen. In dieser zweiten Ära eines eigenständigen Mitteldeutschen Rundfunks konnte die traditionsreiche Leipziger Hörspielproduktion mit Ursendungen wie der Brave Soldat Schweig von Jaroslav Hasek Regie Karl Nagel mit Karl Hämmer Wolf Kaiser Maximilian Larsen Juni 1950 oder Herr Hören Hier spricht Jesus Hakenberger von Walter Karl Schweikert Komposition Kurt Beilsch mit Regie Werner Wieland mit Willi A. Kleinau Robert Assmann 2013, Juli 1951 deutschlandweit beachtete Spielplanakzente setzen. Im Jahr 1952 wurde die DDR zentralisiert und die fünf Länder aufgelöst. Im Zuge dessen wurde auch der DDR-Rundfunk vereinheitlicht und in Berlin zentriert. Im neuen Funkhaus Naleperstraße in Berlin-Oberschöneweide wurden seitdem alle Haupthörfunkprogramme der DDR produziert. Fernsehprogramm wurde seitdem nur noch in Berlin-Adlershof produziert. Im September 1952 wurde das Programm Sender Leipzig schlicht zum Unterhaltungsprogramm Berlin 3 umgewandelt. Doch wurde bereits im August 1953 die Rundfunkstruktur neu organisiert. Es entstanden die Programme Deutschland Sender, Berliner Rundfunk und Radio DDR. 1956 wurde das Regionalprogramm von Radio DDR die Sender Leipzig eingeführt. In Leipzig sendete man für Radio DDR ein Programmfenster, dessen Sendezeit schrittweise bis zu elf Stunden aufgestockt wurde und die Radio DDR-Messewelle die jeweils zur Frühjahrs- und Herbstmesse in Leipzig von 7 bis 19 Uhr auf Sendung war, später bis 20 Uhr. In den anderen ehemaligen großen Regionalstudios des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden, Halle und Weimar wurden ebenfalls Regionalprogramme hergestellt. Im Juli 1990 erfolgte eine neue Dezentralisierung. Aus den Landessendern entstanden drei neue regionale Sendeanstalten in Sachsen, Sachsen Radio, in Sachsen-Anhalt, Radio Sachsen-Anhalt und in Thüringen, Thüringer Rundfunk, die bis Ende 1991 sendeten. Mit der Novelle des Rundfunkstaatsvertrages für die fünf neuen Länder nach der Wiedervereinigung wurde am 31. Mai 1991 der Mitteldeutsche Rundfunk als Dreiländeranstalt für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegründet. Seit 1. Januar 1992 werden die heute bekannten Programme des Mitteldeutschen Rundfunks gesendet. Erster Fernsehdirektor des MDR wurde Henning Rühl, der bisherige Chefredakteur von ARD aktuell. Das Programm war seit 27. August 1993 auch über Satellit europaweit zu empfangen. Seit 1992 beteiligt sich der MDR am ARD-Gemeinschaftsprogramm. Im Hörfunk starteten am 1. Januar 1992 die drei Landesprogramme MDR 1 Radio Sachsen, MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt und MDR 1 Radio Thüringen, das Popmusik-, Service- und Unterhaltungsprogramm MDR Live, das Informationsprogramm MDR Info, MDR Kultur und das vom DDR-Rundfunk übernommene Jugendprogramm DT 64. Im Februar 1993 bezog der MDR ein erstes rekonstruiertes Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Leipziger Schlachthofgeländes, die alte Börse. Viele weitere Gebäude wurden restauriert und in ein neues Ensemble eingebettet. Am 14. Mai 2000 wurde erstmals aus der neuen MDR Zentrale gesendet. Am 1. Mai 1993 wurde Jugendradio DT 64 in das Programm MDR Sputnik überführt, das seit 1. März 1993 über Satellit ausgestrahlt wurde. Am 1. Januar 2000 wurde das Unterhaltungsprogramm MDR Live wegen Erfolglosigkeit vom neuen Hörfunkprogramm Jump FM, später Jump und jetzt MDR Jump abgelöst. MDR Classic startete am 6. Mai 2002. Am 1. Januar 2004 wurde das Kulturprogramm MDR Kultur in MDR Figaro umbenannt. Im Zuge dessen erfolgte auch eine Reformierung des Programms von MDR Figaro, das neben Classic auch viel Wert auf anspruchsvolle Popmusik legt. Mitte April 2001 geriet der MDR in die Medienkritik, als Berichte über mögliche Millionenverluste bei Finanzgeschäften laut wurden. In einer öffentlichen Stellungnahme des MDR dementierte dieser die Vorwürfe, Rundfunkgebühren in riskante Wertpapiere investiert zu haben. Über Parteigrenzen kritisierten Landespolitiker das Finanzgebaren des Senders. Im Oktober 2015 wurde in der Presse über Pläne der von den Parteien Die Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen gebildeten Landesregierung Thüringens berichtet, aus dem MDR Staatsvertrag auszutreten und dem HR beizutreten. Organisation und Finanzen Die rechtliche Vertretung und Leitung der Rundfunkanstalt nimmt die Intendantin wahr, die durch den Rundfunkrat ernannt wird. Carola Wille ist Intendantin des MDR. Sie trat das Amt am 1. November 2011 an. Ihr Vorgänger war Odo Reiter. Er war seit 1991 erster Intendant des MDR. Wille unterstellt sind acht Direktoren, die für folgende Aufgabengebiete verantwortlich sind. Wolf-Dieter Jakobi Fernsehen Johann Michael Möller Hörfunk Sandro Viroli Landesfunkhaus Sachsen Elke Lüdecke Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt Werner Distel Landesfunkhaus Thüringen Ulrich Liebenow Betriebsdirektor Jens Ole Schröder Justiziariat Astrid Göbel Verwaltung Der MDR beschäftigte im Jahr 2014 durchschnittlich insgesamt 2204 feste, 1388 arbeitnehmerähnliche und zahlreiche weitere freie Mitarbeiter in unterschiedlichen Beschäftigungsformen. Die Gesamterträge des MDR aus dem Rundfunkbeitrag inklusive der Rückflüsse aus dem Anteil der Landesmedienanstalten am Rundfunkbeitrag beliefen sich 2014 auf 622,068 Millionen Euro. Programme des MDR Der MDR veranstaltet heute folgende Fernseh- und Hörfunkprogramme. Fernsehen Fernsehproduktionen Der MDR produziert für die ARD unter anderem Kriminalfilme der Sendereien Tatort und Polizeiruf 110, die erfolgreiche Krankenhausserie in aller Freundschaft, Familie Doktor, Kleist sowie die Tierfilmreihen Elefant, Tiger und Co. Abenteuerzoo Deutschlands Wilde Tiere und Europas Wilder Osten. Außerdem das werktägliche Boulevard-Magazin Brisant. Die höchsten Einschaltquoten von bis zu 30% im Sendegebiet erreicht das MDR Fernsehen mit seinen täglichen Ländermagazinen Sachsen-Spiegel, Sachsen-Anhalt heute und MDR Thüringen-Journal. Die 30-minütigen Nachrichtenmagazine werden zeitgleich in regionaler Splittungle um 19 Uhr ausgestrahlt. Danach folgt die Nachrichtensendung MDR aktuell um 19.30 Uhr aus Leipzig. Beliebt sind auch die wochentäglichen Nachmittagssendungen MDR um 2 von 14 Uhr bis 15 Uhr sowie ab 16 Uhr die zum Familientagesprogramm. Gehörende Leive-Sendung MDR um 4. Sonntags 19.50 Uhr bittet die Polizei bei Kripo Leive um Mithilfe. Montags werden in der Sendung Mach Dich ran um 19.50 Uhr Tagesaufgaben für Zuschauer gelöst, die bei Problemen selbst nicht mehr weiter wissen. Anhaltender Beliebtheit erfreute sich die Dokumentationsreihe Geschichte Mitteldeutschlands sowie das gleichnamige Magazin. Es wurde 14 täglich um 21.15 Uhr im MDR Fernsehen ausgestrahlt und von Grimme-Preisträger Guntershows moderiert. Seit 2015 moderiert Mirko Droschmann die Nachfolgesendung MDR Zeitreise. Es ist bislang das einzige Geschichtsmagazin im Bereich der ARD-Sendeanstalten. Die Übertragung der Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 produzierte der MDR als federführender Sender stellvertretend für die ARD. Im Jahr 2011 erfolgte die Auszeichnung mit der Rudolf-Diesel-Medaille für die beste Medienkommunikation in der Hall of Fame im Deutschen Museum. In München für das Erfindermagazin Einfach genial. Orchester und Chöre des MDR Das MDR Sinfonieorchester wurde 1915 gegründet und 1924 in das Rundfunksinfonieorchester Leipzig überführt. Chefdirigent ist seit September 2012. Christian Jewi Gegründet 1946 als Rundfunkchor Leipzig ist der MDR Rundfunkchor Leipzig heute der größte professionelle Konzertchor Deutschlands. Seit Mai 1998 ist der Engländer Howard Amann Chordirektor und künstlerischer Leiter. Der MDR Kinderchor ist der einzige Kinderchor der ARD. Er wurde 1948 von Hans Sandig gegründet. Seit 1990 lag die künstlerische Verantwortung für die rund 120 Chorkinder zwischen 6 und 19 Jahren in den Händen des Dirigenten Gunter Berger. 2011 übernahm Ulrich Kaiser sein Amt. Konzerte Der Sender richtet jährlich den MDR Musiksommer aus und zeichnet für eine gesamte Spielzeit mit regelmäßigen Konzerten in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Suhl und Weimar verantwortlich. Fernsehballett Der MDR hatte die Federführung beim früheren MDR Fernsehballett, dem damals einzigen Fernsehballett Europas. Es ging 1992 aus dem 1962 gebildeten DFF Fernsehballett hervor und hatte zuletzt 18 Mitglieder. MDR Sendeanlagen DVB-T Der MDR besitzt kaum eigene Sendeanlagen. Es werden zur Verbreitung der Programme überwiegend von Media-Broadcast betriebene Anlagen genutzt. Ausnahmen sind UKW-Kleinsender der Studios in Halle und Leipzig. Das DVB-T-Netz ist seit Mitte 2008 im gesamten Sendegebiet des MDR ausgebaut. MDR Werbung GmbH Die MDR Werbung GmbH ist eine 100% IGE-Tochter des MDR. Ihr Zuständigkeitsbereich liegt in der Vermarktung der Werbezeit der TV- und Hörfunkprogramme des MDR. Die MDR W wurde am 23. August 1991 in Erfurt gegründet. Skandale 2000 Der MDR verlor 2,6 Millionen DM im Rahmen von Hochrisikoanleihen in Ecuador. 2001 Es wurde bekannt, dass mehrere Set-T-Meinungsbildende MDR-Moderatoren für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet hatten, so U.A. Sabine Hingst, Ingo Dobinsky, Frank Lier oder Horst Mempel. 2001 Der ungewöhnliche Vertrag mit Stefan Sulke, der 1992 ein Wohnungsbauprojekt für MDR-Mitarbeiter vermittelt hatte, wurde bekannt. Aufgrund des zwischenzeitlichen Wertverlusts durch die Immobilienkrise und nicht benötigte Überkapazitäten erlitt der MDR durch dieses Projekt einen Verlust von rund 7,3 Millionen DM. 2005 Im Sommer 2005 wurde dem Sportchef Wilfried Mohren wegen Schleichwerbung zu Ungunsten des MDR fristlos gekündigt. 2010 Bei dem vom MDR federführend betriebenen und beaufsichtigten Kinderkanal hat der Kicker-Herstellungsleiter Marco Kirchhof mehr als 4,6 Millionen Euro. Veruntreut 2011 MDR-Unterhaltungschef Udo Voth soll mehrfach Vorschüsse im mittleren sechsstelligen Bereich für MDR-Programme von TV-Produktionsfirmen eingefordert haben. Die Ermittlungsergebnisse blieben unter Verschluss. Jedoch wurde Voth entlassen. MDR-Unterhaltungschef Udo Voth